12. August 2001 Ich betete zu den beiden vereinten heiligsten Herzen und bat um ihren Schutz. Und ich empfahl mich, meine Lieben, meine Heimat und die ganze Menschheit, in das Kraftfeld ihrer barmherzigen Liebe. 13. Mutter Gottes Viele erfuhren bereits die segensreiche Wirkung deines Gebetes. 14. Meine lieben sühnenden Kinder, mit Glauben und Vertrauen vermögt ihr wahrlich Berge zu versetzen. 15. Die Liebe und die aus ihr entspringende Demut befähigen euch dazu, auch trotz des Erfolges klein und bescheiden zu bleiben. 15. Gott ist es, der auf die Bitte der Demütigen und auf deren Zusammenwirken mit ihm große Dinge vollbringt. 16. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. 18. Amen. Vielen Dank.